Jedes Unternehmen braucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitdenken und nach Möglichkeit echte Spezialisten in ihrem Bereich sind. Doch wenn diese krankheitsbedingt länger ausfallen oder gar das Unternehmen verlassen, sollte deren spezifisches Wissen nicht nur im Kopf der Fachkraft sein. Gerade in Zeiten, in denen Wissen eine zentrale Unternehmensressource ist, sollten alle relevanten Informationen so dokumentiert sein, dass sie dem Unternehmen jederzeit zur Verfügung stehen. Denn Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Hier besteht laut einer Umfrage von Statista im Auftrag von Kyocera Verbesserungsbedarf. Fast drei Viertel aller Büroangestellten gaben an, dass ihr Wissen nicht so dokumentiert ist, dass Kollegen bei ihrem Austritt oder Ausfall sofort weiterarbeiten könnten. Ein geeigneter Weg, den Wissensverlust zu vermeiden, sind Dokumentenmanagementsysteme wie der Kyocera Workflow Manager. In einem solchen System werden Dokumente zentral abgelegt und können durch intelligente Suchfunktionen schnell gefunden werden. Informationen wie Vertragsdaten, Projektstatus, Lieferbedingungen oder auch wichtige Korrespondenzen sind per Mausklick verfügbar. So entsteht eine zentrale Ordner- und Ablagestruktur, die es allen berechtigten Mitarbeitern erlaubt, ohne Suchaufwand auf alle Dokumente zuzugreifen, die sie benötigen. Der Kyocera Workflow Manager lässt sich dabei nicht nur leicht implementieren, sondern auch mit anderen Anwendungen verbinden. Ob SAP, MS Office oder eigene Entwicklung, Informationen werden so an einem Ort zusammengeführt. Dadurch kann Unternehmenswissen schnell gefunden und einfach geteilt werden. Für den Wissenstransfer bietet die Software anpassbare Workflows. So haben Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen und an unterschiedlichen Orten Zugriff auf für sie benötigte Informationen. Abläufe werden dadurch beschleunigt und die Auskunftsfähigkeit steigt. Weitere Informationen zum Kyocera Workflow Manager gibt es auf der Kyocera Unternehmenswebsite oder bei einem unverbindlichen Beratungstermin. Kyocera – Making Information Faster www.youtube.com 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 www.youtube.com